Okay, ich habe eine Frage an dich. Was würdest du tun, wenn deine Zähne dreckig wären? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten, okay? A. Süßigkeiten essen. B. Sie noch dreckiger werden lassen. Oder C. Sie putzen. Richtig. B. Jeder, der B genommen hat, hat auf jeden Fall recht. Sehr gut, wirklich, weiter so. Heute spielen wir ein Spiel, wo wir Zähne putzen. Wir haben ja eine Zahnbürste und wir können wortwörtlich die Zähne an den Leuten putzen. Ich meine, wir kriegen auch Zahnpaste hier und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Spiel besser werden soll, weil... Oh mein Gott, eigentlich stoff ist es nicht auf... Oh nein, warte, stopp. Okay, Fieber, das ist gut. Ich glaube, jetzt können wir nämlich, ähm, ja, ganz schnell... Was ist das hier? Oh mein Gott, Power Cannon. Ich kann tappen die ganze Zeit, oder kann ich? Voller Geschwindigkeit, die Zähne der... Okay, das ist befriedigend. Ich meine, niemand hat mir gesagt, dass das Spiel so befriedigend ist, aber ihr könnt sehen. Es ist wortwörtlich alle befriedigendsten Spiele, die ich hier gesehen habe und ich sollte den Internet ausschalten. Okay, jetzt wird was getan, jetzt haben wir unsere Ruhe. So, es wird Zeit, um weitere Zähne zu putzen und die Zähne der Zombies dürfen wir nicht putzen. Wir dürfen auch keine Zahn... Oh mein Gott. Ich habe es gerade gesagt, ich darf die Zähne der anderen Zombies nicht putzen und ich mache es trotzdem. Also, ja, aber von Menschen dürfen wir jetzt auf jeden Fall. Da müssen wir vorsichtig bleiben. Gott, in diesem Moment gibt es auf jeden Fall eine Menge Zombies. Ich meine, was zum Teufel soll das? Oh mein Gott, warte, oh, ich dachte, das wäre ein Zombies. Oh mein Gott, was? Okay, das habe ich nicht erwartet, aber das ist halt hart befriedigend, ne? So, was soll man dazu sagen, wie befriedigend kein Spiel wird er werden? Das einzige Problem ist, dass halt kein Sound das spielen, ne? Zumindest nicht, ich wüsste. Ich bekomme mal ein... Was ist das? Nein, danke, ich brauche es nicht wirklich. Deswegen habe ich hinterher ausgestattet, was du nicht wusstest, okay? Wir bekommen ja immer Geschenke, was nämlich cool ist. Zunge schenken, sage ich nicht nein. Aber okay, weiter geht's, wir haben... Oh mein Gott. Okay, willst du auch deine Zunge ge... Okay. Okay, anscheinend war das falsch. Ich durfte ihn nicht putzen. Okay, das ist ziemlich blöd, wieso nicht? Oh mein Gott. Hallo, ich habe keine Zahnpasta. Oh mein Gott, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Ich meine, zieh uns mal rein. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Das Spiel ist schwerer, als es aussieht. Also jetzt ohne Scheiß, es ist wirklich schwer, als es aussieht. Wir können jetzt tappen, um so weit zu fliegen wie möglich. Und wir... Oh mein Gott. Das ist das befriedigendste, was ich hier gesehen habe. Also das letzte ist wirklich so befriedigend. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch Urlaub. Ich fühle mich halt so entspannt, ne? Ich hätte nicht mal Sound das Spiel. Okay, warte geht's. Dieses Mal bekommen wir auch Zahnpasta. Ich meine, Gott sei Dank, bekommen wir Zahnpasta. Was soll ich ohne... Oh nein, ich hätte ihn auch... Nein! Wieso mache ich das nicht? Hallo, ich will dich putzen, nice. Lasst euch putzen, bitte. Manchmal denke ich, das wären Zombies auch... Oh, das können wir jetzt machen, das geht. Oh nein, das ging doch nicht. Verdammt. Was passiert, wenn du dich mit dem Spiel nicht genug auskennst? Alter, wieso sind hier so viele Zombies? Das kann doch gar nicht sein. Wow, ich bin enttäuscht. Aber es ist okay, wir können wieder das hier machen. Das ist das Befriedenigste der Welt. So, drei Zähne mal sechs mal zwei mal drei. Ja, respektiere ich auf jeden Fall. Wir haben eine neue Zahnbürste, die können wir anlocken. Aber nein, danke. Ich kann auch ohne Zahnbürste leben. Also nicht wirklich, aber ich meine ja nur. Beziehungsweise würde ich wahrscheinlich meine Zähne mit dem Finger putzen oder sowas. Aber warte, wir können hier etwas anderes auswählen. Oh, so, da habe ich. Ich weiß. Okay, lasst sie mal benutzen. Oh, hier müssen wir feuchtig sein. Hä, was soll ich hier tun? Soll ich... Ich schicke das nicht auf. Okay, das ist gerade weh. Warte mal, kann ich die Karotte benutzen? Ja. Hä, ich benutze... Oh, verdammt, das sind Menschen, das sind Menschen. Verdammte Kacke. Okay, also, oh mein Gott. Was zum Teufel geschieht hier gerade? Helle Hilfe. Oh mein Gott, scheiße. Ich habe... Wieso benutze ich... Was passiert hier gerade? Ich benutze Feuerzahn. Oh mein Gott, ich werde gerade so hart. Also jetzt ohne Spaß, das Spiel ist echt schwer, dass es aussieht. Ich verstehe gar nicht, wieso es rot war. Okay, jetzt haben wir wieder mit der Corona abgeschossen und das ist das Beste. Wow, ich kann nicht mehr jetzt ohne Scheiß. Ich kann das den ganzen Tag spielen. Alles klar, ich höre auf mit YouTube, bye. Ja, Spaß, es ist gut, dass ich kein Video so zu machen, deswegen mache ich weiter. Ja, ja, bla, 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 gib mir die ganzen Geschenke meinetwegen. Wir können übrigens eine neue Zahnbürste holen, wenn wir Bock haben. Lass uns einen auch Spaß kaufen. Uh, ein... Okay, ein Besen. Ich vertue, ich könnte mal mit dem Besen das auch tun, ja. Oh mein Gott. Das ist sehr komisch. Und so wieder ist alles rot. Ich check das irgendwie nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das genau? Ist das Feuerpastete oder... Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, da bin ich ganz ehrlich. Wir müssen unten... Oh mein Gott, da müssen wir unten bleiben. Bitte, lass... Es ist so merkwürdig, ne? Aber okay, lass uns die ganze Zähne hier putzen. Nice, nice. Die waren halt so rot. Irgendwie sieht das schon cool aus. Okay, dann nehme ich einfach mal irgendwelche Zähne. Im Endeffekt ist es egal. Bisschen nur random. Also, die gefällt mir nicht, die Zahnbürste. Das neue holen. Oh, ich habe die bekommen, die man gewinnen kann. Die nehme ich doch gerne. Okay, lass mal sehen. Oh, ganz viele Zombies hier. Okay, ich glaube, hier muss ich nach unten, ne? Ja, ja, genau. Okay, ich sehe schon. Okay, dann können wir hier wieder Feuerpastete. Ich check das wirklich nicht. Let's go. Ich glaube, wir werden sehr weit kommen. Ja, zieh uns mal rein. Wir kommen werden. Aber das Ding ist, kommen wir auch ganz zum Schluss. Wieso kommen wir nicht ganz zum Schluss? Das verstehe ich nicht ganz. Was für lange Mäule haben die eigentlich? Ich meine, mein Grinsen ist ja schon ziemlich breit. Naja, woher wurde mir schon mal nicht gesagt. Ah, nee, warte, manche wurde beleidigt. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich sehr, sehr gut. Oh, ich habe nur einen Gegenstand. Ja, den nehme ich auf jeden Fall. Der Typ sieht hübsch aus. Okay, ich verstehe zwar immer noch nicht, was dieser Feuer-Dings-Herbungser sein soll, aber hey, vielleicht hat er irgendwelche Vorteile. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber okay, ich werde immer besser beim Spiel. Oh mein Gott, ich werde so viel besser beim Spiel. Ich liebe mein Leben gerade. Okay, jetzt können wir wieder den hier machen. Und jetzt geht es wieder ab. Jetzt geht es wieder die Party ab, Leute. Ich sage es euch. Je mehr Menschen ich die Zähne... Weißt du was? Darf ich dir auch mal die Zähne putzen? Komm schon. Du sagst aber zu so vielen Nein. Aber sag doch mal Ja. Ich meine, wo ist das Problem? So ein bisschen Zähne putzen, dagegen hat man doch nichts. Ich bin der letzte jetzt. Und okay, nice. Und schon wieder dasselbe hier. Mal 8. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Dann feiere ich auf jeden Fall. Okay, auf geht's. Nächstes Level. Oh, wieder aus... Hallo, ich habe doch Brot. Wieso ist da Brot? Jetzt putzen wir denen mit Brot die Zähne. Ach du Kacke. Das hat mich halt echt an Rick Lick Run an. Oder dass es irgendwie besser ist sogar. Ich meine, hallo Menschen, die Zähne putzen. Niemand hat gewusst, dass Luxus ist. Alter, ich glaube, ja, mit Baguette putzen wir die Zähne. Und wieder mein Lieblingsmoment, da wo es ganz viele Bonus-Sachen gibt. Alter, die haben so lange Mäuler, ne? Oh, ihr könnt mir nicht sagen, dass ich ein bleibes Grinsen habe. Okay, wirklich nicht. Ich gebe dir eine Faust. Autsch, okay, ich habe nur Spaß gemacht. Tschüss, mein Lieblingsmoment, okay? Warte mal, ich habe nur einen Gegenstand. Das ist alter Schwede. Und damit soll ich jetzt die Zähne putzen? Okay, das werde ich auf jeden Fall tun. Okay, schreibt in die Kommentare von der Skala von 1 bis 10, wie wir fliehen. Oh mein Gott, das hätte ich nehmen sollen. Ich bereue es gerade. Okay, alles gut, Leute. Wir können damit leben. Jetzt können wir wieder die Zähne putzen. Nicht über mein Leben, nice. Okay, sehr schön. Okay, wir sind sehr gut dabei. Wir machen kaum Fehler mehr. Am Anfang habe ich ziemlich viele Fehler gemacht. Aber da wusste ich nicht, dass man wirklich aufmerksam sein muss beim Spiel. Aber jetzt habe ich los gelernt. Oh Gott, ich check das nicht. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Okay, hör auf, dich zu beschweren. Alles gut. Wir schaffen das schon. Hier, das ist die Stelle. Seht ihr das? Seht ihr das? Da kann entweder ein Zombie. Was zum Teufel? Entweder ich weiß ein Zombie oder ein Mensch. Okay, wir taben. Und jetzt werden wir abgeschossen. Oh mein Gott. Ja, das ist so geil. Ich glaube, ich habe hier noch Leben, diese Menschen. Gibt es noch einen Ort, wo man seine Zähne putzen kann? Ich glaube, das ist mal ein Zahnarzt. Ich meine, ich meine hier nur, okay? Wo man wirklich nur hingeht, um die Zähne zu putzen. Ja, okay, es ist ein Zahnarzt. Ich werde einfach mehr Menschen haben. Ich komme ja nicht ganz zum Bonus, wenn ich nicht mehr Menschen habe. Seht ihr das? Und nice. Hier gibt es mehr Menschen. Oh mein Gott, yes. Yes. Oh mein Gott, das ist geil. Und ich habe meine Power nicht mehr. Okay, wir sind gut dabei. Und wir haben es geschafft. Wir müssen so ein bisschen Sound haben. So, wir müssen das so simulieren, wie Zähneputzen sich anklingt. Das wäre ziemlich geil. Habe ich eigentlich anklingt gesagt? Ist überhaupt ein Wort? Mit einem Schlag hast du mich angeklingt. Das steht fest. Ich weiß gar nicht, ob wir links oder rechts sind. Oh, wir haben diesmal Fleisch. Und diesmal, warte mal, kann ich die Zähne putzen? Ja, anscheinend schon. Das sind keine Zombies. Hier putzen die quasi die Zähne mit Fleisch. Und die Zombies sind immer grün. Das ist schon mal sehr interessant, weil da kann man sie immer wieder erkennen. Auf jeden Fall. Also feiere ich auf jeden Fall sehr. Zieh das mal rein. Aber die mit der Zunge dürfen wir nicht putzen. Ich weiß auch noch nicht, wieso. Ich meine, ich habe letztens auch so ein Zungenreiniger bestellt. Und ja, nach 26 Jahren habe ich mir meine Zunge geputzt. Ich sagte mir, das wäre auf jeden Fall eine ganz gute Idee gewesen. Da dachte ich mir, ja, mache ich aber mal. Und ja, jetzt ist die relativ sauber. Ich meine, die Level wäre auf jeden Fall anders. Das ist ungehaltsam auf jeden Fall. Ich meine, wollen wir 100 Folgen davon machen? Das wäre auf jeden Fall bestimmt witzig. Kleiner Spaß. Na gut, aber gehen wir zum nächsten Level. Was mit dem Fleisch check ich nicht? Ich meine, wie zum Teufel sollen wir mit Fleisch ihre Zähne putzen? Das check ich einfach gar nicht. Sorry, ich kann damit nichts anfangen. Oh mein Gott, ich habe irgendwas bekommen. Ich weiß aber nicht was. Okay, das sind eine Menge Zombies. Da müssen wir chillen. Das sind nur Zombies. Also da wollen wir wirklich nicht nach unten gehen. Okay, das haben wir aber gemeistert. Und schon wieder das hier. Ich habe so viele Juwelen. Ich könnte mir eine neue Zahnbürste holen. So, das werde ich auch tun. Oh mein Gott, was ist das? Ich will eine andere haben. Oh mein Gott. Das wird eigentlich nicht besser, oder? Mit einem Fuß. Ja, das nehme ich. Ich bin halt echt dankbar, wir reinigen die Zähne mit einem Fuß. Das ist gerade... Ich meine, ich wollte vorher das Joke sagen. So, ich könnte die Zähne mit einem Fuß reinigen. Aber das wäre halt komisch gewesen, okay? Ich wollte den Joke nicht bringen, weil ich dachte, ich wäre komisch. Aber jetzt sehe ich, was wirklich komisch ist. Aber okay, nice. Das ist ein schöner Fuß auf jeden Fall. Muss ich sagen, respektiere ich den Fuß. Und jetzt... Oh, okay. Da ist der Fuß weg. Keine Ahnung, wieso. Finde ich sehr schade, ehrlich gesagt. Ich habe mich gerade eben an den Fuß gewöhnt. Okay, Fuß ist bereit. Und hallo, wir gehen nach unten. Seht ihr? Okay. Okay, es hat funktioniert. Ich will mich nicht beschweren. Es hat funktioniert alles gut. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso Fleischer die Zahnpasta ist. Kann mir das bitte jemand erklären, der normal denken kann? Also, keiner auf jeden Fall von uns. Das steht für es. Okay, mehr Leute in die Zähne putzen. Was haben die eigentlich? Die sind grau. Wir putzen tot Leute in die Zähne. Das ist schon gruselig. Das ist aber einer. Ein letzter noch. Oh mein Gott. Wir haben es perfekt gespielt, auf jeden Fall. Können wir die Aussehen der Tolle verändern? Aber ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Wir sollen hässlich die Zähne behalten. Okay, Zahnpasta. Nice. Let's go. Schon die Zähne putzen hier. Nach unten, nach oben. Okay, hier glaube ich. Okay, nur die grünen. Oh mein Gott. Seht ihr, wenn man zu einer falschen Sekunde... Ah, man sieht da so einen komischen Strich. Oh mein Gott, nein. Okay, das war nicht so gut die Runde. Aber lass uns zur Power-Kennung reingehen, dass wir ein bisschen Spaß hier haben. Und wie ein Bonus gibt es? 1,9. Nice. Das habe ich schon mal bekommen. Ich habe noch nie mehr als 1,9 bekommen. Woran liegt es? Liegt es an mir? Wahrscheinlich. Oh mein Gott, nein. Okay, das ist unbefriedigend, wenn man verkackt. Ich habe gar nicht ungern, das verspreche ich. Oh mein Gott, das ist ein Baby. Das sind Babys auch zum Teil. Was zum Teufel? Ja, zum Teil ist es echt gruselig auf jeden Fall. Ja, ja, du mich auch. Lass mich hier alle irgendwas machen. Genau, mal 4 ist das Beste. Kann niemand sagen, dass ich gar keine Geschenke haben will? Okay, weiter geht's. Oh, Zahnpasta. Nice. Und jetzt wird wieder geputzt, meine Freunde. Und hier noch 1. Oh, das ist eine Menge auf jeden Fall dieses Mal. Wow, das war echt eine Menge. So, hier nochmal. Nice. Oh mein Gott. Ich glaube, ich glaube, das kann ich aber auch machen, oder? Oh nein, irgendwann nicht mehr. Okay, schnell. Soll ich vielleicht so schnell tappen, wie es geht? Oder liegt es an der Kanone? Ich bin mir doch nicht sicher. Nein. Was habe ich getan? Oh mein Gott, das war gerade eine Schande. Okay, das tut mir gerade ein bisschen leid, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich bin in Enttäuschung gerade. Okay, Level 20. So schnell haben wir es geschafft, Leute, zu Level 20 zu kommen. Wer hätte das gedacht? Okay, jetzt geht es wieder ab hier. Oh, das ist ja, ja, ja. Ich nehme auf, habe das vergessen, sorry. Ich habe vergessen, dass ich Videos aufnehme. Autsch. Na, das Level war so kurz. Was soll das denn? Ich hätte mehr für Level 20 erwartet, bin ich ganz ehrlich. Oh, mal 8, nicht schlecht. Ich meine, ganz ehrlich, selbst ohne Werbung bekommt man hier eine Menge, Menge Punkte, wodurch man halt neue Sachen freischalten kann. Schon ziemlich geil auf jeden Fall. Aber gut, das war es für T-Runner. Ich muss sagen, das Spiel ist sogar ziemlich unterhaltsam. Außerdem kann ich jetzt jedem sagen, dass ich die 10 andere Leute mit meinen Füßen geputzt habe. Ich bin ein Füßen geputzt. Bis zum nächsten Mal.